Gestern haben wir noch so viel besprochen und da wird dieses Video jetzt ein bisschen sehr standardmäßig, aber mit ein paar richtig großen Lichtblicken im wahrsten Sinne des Wortes. Grüße Sie und Grüße Euch. Dieses Foto ist aus dem Mildwinter 2015, 2016 und das war damals in St. Peter-Ording. Da hat man sich dann schon auf den Sommer gefreut. Bis zum Sommer sind es natürlich ein paar Tage hin, aber auch das ist schon acht Jahre her. Und wisst ihr, wie lange das hier her ist? Kann man ein bisschen ausrechnen. Vier Monate. September. Warum habe ich hier diese Karte der Sonnenscheindauer des 30. September, des 1. Oktober und des 2. Oktober des vergangenen Jahres und noch zusätzlich vom 9. Januar diesen Jahres und vom 10. Januar diesen Jahres? Warum? Weil wir jetzt eine Sonnenscheinphase bekommen, die das übersteigen wird. Wir müssen weit, weit, weit zurückblicken, um diesen Sonnenscheinblock, der heute, morgen, übermorgen und am Dienstag da ist, mindestens einzuholen. Das ist der Januar in Sachen Sonnenschein. Da war es mal sonnig. Das war übrigens die kalte Phase, die wir da hatten mit dem vielen Dauerfrost. Aber das reicht nicht. Wir müssen noch weiter zurückgehen. Und jetzt gehen wir ins gesamte Jahr 2023, was die Sonnenscheindauer angeht. Da war der düstere Dezember, der relativ dunkle November. Und dann gehen wir in den Oktober. Hier könnte es klappen, aber wir werden wahrscheinlich so sonnige Tage bekommen, wie zuletzt Ende September 2023. So lange hat es nicht mehr so viel Sonne gegeben. Und das sind die Sonnenstunden, die uns von heute bis Dienstag erwarten. Es sind im Norden 20 bis 25 Sonnenstunden und in der gesamten Südhälfte und im Alpenraum 30 bis 35 Sonnenstunden. Teilweise auf Anschlag astronomisch das, was überhaupt möglich ist. Genießen wir es. Und dazu wird auch der Wind verschwinden. Heute ist es in den Hochlagen der Alpen zum Beispiel noch windig. Ein Freund von mir, der Elvis, der ist mit ein paar Freunden unterwegs und die wollen auf die Gletscher gehen. Und die haben alle so Schiss vor dem Wind. Da ist es heute noch windig. Nicht nur auf den Gipfeln, morgen ist da kein Wind mehr. Schauen wir mal ganz kurz auf die Ensembles. Hier ein Ensemble für Amsterdam. Ihr kennt die Linien. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Einzelberechnungen. Mieti, bist du wieder da? Und die Einzelberechnungen finden wir hier in bunt. Unten sind die Niederschlagsignale. Und da kommen wir jetzt aus dem Normalen raus und gehen auf weit überdurchschnittlich. Mehr als 10 Grad wärmer als um diese Jahreszeit möglich oder durchschnittlich ist es jetzt. Und dann geht es langsam runter. Und hier ist dann der Break-Even sozusagen. Um den 5. bis 7. Februar. Und dann sind wir sogar unterdurchschnittlich. Und da ist ein ziemlich kalter Cluster dabei. Hier haben wir trockene Witterung. Und dann kommt eine Übergangsphase, wo es so ein bisschen nasser wird und noch mild ist. Und das hier wird übrigens die mildeste Phase sein. Hier wird es wieder kälter. Und jetzt, wo die Sonne scheint und es nicht so windig ist, ist es auch nicht so wahnsinnig warm. Vor allen Dingen nachts. Das europäische ECMWF-Modell macht da größtenteils mit auffällig. Auch hier kommen viele Niederschläge auf. Und wenn wir in den Südosten gehen, das Beispiel für Salzburg. Auch da überdurchschnittliche Temperaturen, ein paar trockene Tage. Und dann geht es hier auch runter um den 6. bis 7. Februar mit unterdurchschnittlichen Temperaturen. Das europäische ECMWF-Modell ist da durchschnittlich mit einem milden und einem kalten Cluster. Und der kalte Cluster ist richtig winterlich und auch schneereich. Es wird da noch spannender werden. Und wenn man sich hier das amerikanische GFS-Modell anschaut, so sind die Ensembles im Vergleich zu gestern ganz schön nach unten gegangen. Da gab es einen richtigen Knick runter. Was die Niederschläge angeht, dass das europäische ECMWF-Modell noch gut dabei für die nächsten 10 Tage bis zum 5. Februar. Das amerikanische Modell macht mit dem sogenannten 18er Lauf kein Regen mehr. Im Südwesten bliebe es trocken, was gut ist. Da wird es wahrscheinlich bald schon wieder die ersten Stimmen geben. Kommt die Dürre 2024? Nein, kommt nicht. Wenn es jetzt mal ein paar Tage trocken ist, ist das ganz gut so. Wir haben ja immer noch komplett gesättigte Böden und das Hochwasser im Norden fließt ja noch ab. Ein paar Tage später dann, bis zum 11. Februar, soll wieder ein bisschen was runterkommen. Und der sogenannte Vorlauf, also die Berechnung davor von gestern Abend, die hat es ein bisschen nasser gemacht. Schauen wir auf die Niederschlagsummen von gestern. Aha, es sind um die 5 Liter deutschlandweit runtergekommen. Gemittelt also einiges in Sachen Sonnenschein. War nicht viel los. Tiefstwerte, die wurden übrigens jetzt kurz vor Mitternacht erreicht, rund ums Saarland mit minus 4 Grad an der See plus 6 Grad. Die Höchstwerte gestern 5 Grad im oberen Erzgebirge, 13 Grad im Westen. Jetzt kommen wir unter dieses Hoch hier, Enno. Östlich davon geht kalte Luft nach Süden. Westlich davon ebenfalls kalte Luft nach Süden. Und die Gegenbewegung findet über weiten Teilen Europas statt. Und diese große Wärmeblase über der iberischen Halbinsel, dem südlichen Mittelmeerraum und inzwischen über Frankreich kommt in unsere Richtung. Und in Frankreich wird es auch vielerorts, gerade in Südfrankreich, Temperaturen von über 20 Grad geben. Da bricht der Frühling mal für ein paar Tage so richtig durch. Ein paar Tage später, am Mittwoch, zieht dieses Hoch nach Osten. Und da kommt so ein ganz, ganz kleiner Knick rein. Es bleibt aber noch sehr mild, wobei sich die Hitze im Südwesten Europas abschwächt. Die Temperaturen gehen hier auf unter 10 Grad in 1500 Meter Höhe runter. Und dieses Übertriebene ist weg. Ja, ich weiß, da wurde drüber gesprochen, über die Rekorde im Südwesten Europas. Aber warum wurde darüber gesprochen? Weil es Wärmerekorde waren. Über die Rekorde, die es in Skandinavien gegeben hat, mit den Kälterekorden, mit diesem heftigen Winter, den es hier bisher gegeben hat. Oder den Rekordschneefällen in Süddeutschland im Dezember. Darüber wurde nicht geredet. Ist ja auch die falsche Seite. Es wird ja über die Wärme geredet, nicht über die Kälte. Und hier am Samstag, also in einer Woche, haben wir noch eine große Wärmeblase in 5,5 Kilometer Höhe über dem südlichen Mitteleuropa. Noch über Frankreich und Italien. Und die Kälte liegt wieder über Skandinavien. Wir sind in der Wärme drin. Nördlich von uns die Kälte. Und dazwischen findet die Wettermusik statt. Noch ist die Kälte im Norden. Wir sind unter der riesigen Wärmeglocke. Und dadurch, dass Durchmischung aufkommt, das heißt die Isobarendrängung ist sehr eng getaktet. Da gibt es den Wind, ist das Ganze sehr, sehr mild. Und jetzt gehen wir nochmal einen Zeitschritt weiter. Am Dienstag in der übernächsten Woche, 6. Februar. Und der Hauptlauf gehört noch mit zu den milderen Läufen, also zu den wärmeren Ausreißern. Da ist diese große Kälteglocke wieder direkt über uns. Das Hoch wird langsam abgebaut und das Boden hoch auf dem Atlantik aufgebaut. Und da könnte dann durchaus der Knick kommen, wo es langsam von Nordwesten her kälter werden würde und der Winter einzieht. Und es wären ja dann noch die letzten Tage des meteorologischen Hochwinters, der mit dem 15. Februar zu Ende geht. Dann ist es der Spätwinter. Der heutige Tag beginnt im Nordosten mit vielen Wolken. Und auch an den Alpen gibt es noch dichte Wolken mit ein paar Tropfen oder Flocken, sonst Nebel in den Niederungen. Bis auf wenige Ausnahmen wird der Nebel verschwinden. Im Nordosten sind auch noch ein paar Wolken unterwegs, sonst ist und bleibt es sonnig. Der Wind kommt um dieses Hocheno herum, ist in der Peripherie ganz außen noch ziemlich ruppig. Und die Höchstwerte liegen bei 0 bis 8. Im Westen der Schweiz, im Jura mit kleinen Föhneffekten, schon bei bis zu 10 Grad. Der morgige Sonntag startet in vielen Niederungen im Süden und im Nordosten mit Nebel und Hochnebel. Diese Nebelfelder lösen sich auf. An der Grenze zu Polen kann sich noch längere Zeit Hochnebel halten, teils auch im Böhmischen Becken und am Oberrhein. Der Wind kommt aus Ost bis Südost und die Höchstwerte erreichen in den Nebelgebieten 0 bis 3, sonst 4 bis 12 Grad. Am Montag haben wir im Böhmischen Becken auch Nebel, teilweise geht es bis in den Norden Österreichs und in den Südosten und Osten Bayerns rein. Bei Werten von um den Gefrierpunkt, sonst haben wir Sonnenschein, hohe Wolkenfelder und abseits der Dunstschicht in den Niederungen sind es auch mit leichten Föhneffekten 14 oder 15 Grad mit staubtrockener Luft. Wenn man dann die Augen schließt und Richtung Sonne schaut und vielleicht schon die Vögel zwitschern, könnte man meinen, es kommt der Frühling. Am Dienstag sieht es im Prinzip ähnlich aus, wobei von Osten her über Oder und Neiße ein bisschen Hochnebel reinschrubben kann. Und dann am Mittwoch zieht dieses ganz, ganz, ganz schwache Mini-Fröntlein durch mit ein bisschen Regen im Norden und sonst ein paar Wolkenfeldern, sonst ändert sich wenig. Und fassen wir zusammen, von Donnerstag bis Sonntag der kommenden Woche vom 1. bis zum 4. Februar ziehen über den Norden immer mal wieder Wolkenfelder hinweg. Je weiter wir nach Süden kommen, desto sonniger ist es. Nebel hält sich kaum und die Höchstwerte erreichen im groben Schnitt 6 bis 14 Grad. Und die Nächte sind auch nicht sonderlich kalt, eben durch den Wind, durch die Durchmischung. Es wird irre Abweichungen nach oben geben. Und dann wird es wohl runtergehen. Schauen wir mal kurz auf die Ensembles. Da haben wir diesen Wärmeberg, der da kommt, zum nächsten Wochenende hin, wobei die Niederschläge da zunehmen. Das war eben der trockene Hauptlauf, auch hier abgebildet in hellgrün, ziemlich weit oben. Und hinten raus gibt es einen ganz gewaltigen Knick nach unten in der zweiten Hälfte der 1. Februar-Dekade mit eben den Niederschlägen, die dann selbst im Tiefland als Schnee runterkommen sollen. Da sind auch Dauerfrostläufe dabei. Im Westen auch dieser riesige Wärmeberg. Allerdings kommt der Niederschlag erst später auf, nach dem 1. Februar-Wochenende. Und dann gehen die Niederschläge auch relativ schnell in Schnee über, weil die meisten Läufe nach unten gehen. In der Mitte genauso. Da geht es ein bisschen früher los mit dem Niederschlag. Aber schaut mal, wie weit die Läufe auch hier runtergehen. Da sind einige dabei, die sind richtig im Keller. Und die würden Schnee bringen. Die Schneesignale haben deutlich zugenommen. Hier im Osten, auch da der Wärmeberg, der aufkommt, sehr schnell der Absturz hinten raus. Ab dem 5. und 6. Februar nur noch Werte um die 0 Grad. Und dann im frostigen Bereich hier die Niederschläge davon als Schnee. Im Süden Deutschlands ähnlich. Auch da ist es lange Zeit sehr mild. Erste Niederschläge kommen am Ende der Woche auf. Die meisten erst nach dem Wochenende, dem 1. Februar-Wochenende. Und hier auch Temperaturen von um die 0 Grad. Und die Schneefälle kommen auf. Für Luzern in der Schweiz, da geht es sogar in den Dauerfrostbereich. Viele Niederschläge hier, die dann größtenteils als Schnee niedergehen. Und zu guter vorletzt noch der Blick nach Graz. Auch hier der Wärmeberg. Stark ausgeprägter Tagesgang der Temperaturen. Nachts ist es kalt, tagsüber sehr mild. Hinten raus Richtung 0 Grad. Auch hier kommen Niederschläge auf, die dann als Schnee runterkommen würden. Noch eine Karte habe ich für euch. Und zwar die gemittelte Wetterlage, die ebenfalls einen Absturz hingelegt hat für den 11. Februar. Also für den Beginn der 2. Februar-Dekade. Und plötzlich im Mittelwohl gemerkt. Taucht hier ein Trog auf, der über weiten Teilen Europas nach Süden geht. Bis nach Italien, runter Sizilien. Und in diesem Trog kommt dann wieder kältere Luft ins Spiel. Analog zum Januar und Dezember, als die kalte Phase bedingt durch den Polarwirbel sich dann durchgesetzt hat. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel, wären wir dann sogar in einer leicht zu kalten Witterung. Das wird wieder spannend werden nach der milden Woche, die uns jetzt bevorsteht. Und die ist nicht nur mild, sondern für die Seele auch sonnig. Jetzt musste ich das Rechnen des Videos nochmal anhalten. Weil ich diese Karte hier für den 7. Februar des ganz aktuellen GFS Nullerlaufs noch mit reintackern wollte, um euch zu zeigen. Da ist die Reaktion in den Modellen jetzt immer häufiger vorhanden. Hier würde dann eben am 7. Februar, das ist der Mittwoch der übernächsten Woche, ein Polarluftvorstoß aus Norden kommen mit der Winterrückkehr. Das war es von mir. Erst einmal einen schönen Einstieg ins Wochenende.